Oliver Pocher besuchte am 5. August ein Konzert von Rammstein. Ehefrau Amira Pocher findet das überhaupt nicht gut, in der neuesten Folge ihres Podcasts Die Pochers. Streiten die beiden heftig über die Band. Oliver Amira Pocher, nach Konzertbesuch, heftiger Streit wegen Rammstein. Oliver Pocher, 45, zog vor einigen Tagen den Unmut vieler Fans auf sich, als er bei Instagram einige Storys postete, die ihn beim Konzert der Band Rammstein in Brüssel zeigten. Dass der Comedian die deutsche Rockband trotz des Skandals und all der Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann, 60, weiterhin supportet, kann Ehefrau Amira Pocher, 30, allerdings ebenfalls ganz und gar nicht verstehen. In der neuesten Folge von Die Pochers entbrannte daher ein heftiger Streit zwischen den beiden, »Warum bist du zum Rammstein-Konzert gefahren?«, fragt die My Mom, Jodette-Moderatorin leicht vorwurfsvoll. »Mich hat das interessiert. Die Band ist ja nicht gecancelt. Es war das letzte Konzert, was sie von ihrer Stadion-Tour hatten. Niemand weiß so recht, wie es weitergehen wird und ob es weitergehen wird oder nicht. Mich hat das einfach interessiert, die noch einmal zu sehen, so die Erklärung des 45-Jährigen. Oliver Pocher rechtfertigt Rammstein-Besuch. Moralisch verwerflich, aber nicht strafrechtlich. Für Amira Pocher ist das allerdings keine ausreichende Begründung. Schließlich war es auch Uli, der sich in einer älteren Podcast-Folge ebenfalls negativ zu Till Lindemann geäußert hatte. Für Amira sei dies ein Widerspruch, fand ich komisch. Muss ich dir ehrlich sagen. Manchmal verstehe ich dich nicht. Aber ja, so bist du halt. Es ist halt sehr oft so, dass du Dinge kritisierst und dann doch aber selber das machst. Der 45-Jährige erklärt daraufhin überraschend, Wenn es einen Fall gibt, der strafrechtlich relevant ist, dann können wir uns darüber unterhalten. Einige Vorwürfe gegen Till Lindemann seien moralisch verwerflich, aber nicht strafrechtlich. Seine Frau hingegen fände einige Dinge durchaus verwerflich. Auch den Sinneswandel ihres Mannes kann die zweifache Mama überhaupt nicht nachvollziehen. Wir haben uns ja hier darüber unterhalten, und du hast dich auch darüber aufgeregt, meint sie. Uli sehe das ähnlich. Dennoch sei der ganze Skandal um Rammstein für ihn kein Grund, nicht zum Konzert der Band zu gehen. Alles, was da stattgefunden hat, wird aller Voraussicht nach stimmen. Kann man moralisch verwerflich finden, aber strafrechtlich ist es kein Fall. Es gibt zu jeder Geschichte die andere Seite. Auch Xavier Naidoo kann auftreten, auch Michael Wendler kann auftreten. Einig werden sich die beiden bei dem Thema aber trotz aller Erklärungsversuche nicht mehr. Es hat für mich nur keinen Sinn ergeben in dem Moment. Man kann ja nicht sagen, finde ich irgendwie krass und verwerflich, und dann aber dahin gehen, legt die 30-Jährige nach. Seit Wochen hängt der Haussegen bei den Pochers schief. Das Paar steckt nach eigenen Angaben in einer Ehekrise und bislang sei unklar, wie es weitergeht. Zuletzt mutmaßten auch immer wieder Zuhörer, dass die Pochers vielleicht längst getrennt sein könnten. Zuletzt mutmaßt. Untertitelung des ZDF, 2020